Der Teil ist auch richtig geil. Da kam ein Schuh oder irgendwas. Und dann die Scheiße hin. Wo gibt es jetzt zu sehen auf Lukas Knopf TV? Best Sender in the World. Jo Leute was geht ab, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch im Whistler Bike Park da drüben. Auf der Bergspitze liegt sogar schon Schnee. Das letzte Video hier aus Kanada. Wir fahren noch ein paar Runden im Bike Park. Es hat geregnet, es ist nass, aber das hält uns nicht davon ab hier noch eine Runde zu fahren. Die anderen Jungs machen heute Chill Day, weil es hat komplett geschüttet. Das sind nicht beste Bedingungen und die bleiben eben noch ein paar Tage länger. Ich muss aber morgen zurückfliegen und wir fahren jetzt auf dem Downhill Bike. Auf jeden Fall gleich nochmal Dirt Merchant, dann auf jeden Fall die A-Line, Blue Velvet und so weiter. Solche Strecken will ich noch auschecken, aber der obere Lift hat leider geschlossen. Und ich würde sagen wir beginnen einfach mal mit Dirt Merchant und diesmal aber vom Chesty. Dirt Merchant. 턴� Ja, das ist gut. Oh, fuck. Woo! knapp drauf und dann die fette hip yes Let's do this. Das ist so gut. ha ha yo Wow. So. Geil. Für jeden der sich in Whistler noch nicht so gut auskennt, vielleicht neu zu den Videos ist. Oder generell neu zu Mountainbiken. Whistler Bike Park ist das Freeride Mecca. Hier hat in der Region in Kanada Freeriden begonnen. Und der Bike Park ist der beste und auch der größte auf der ganzen Welt. Würde ich jetzt behaupten. Meinungen sind verschieden. Aber es gibt hier auf jeden Fall zwei richtig geile Jumplines. Das einmal Dirt Merchant sind wir gerade gefahren. Und es gibt die A-Line. Da fahren wir jetzt gleich nochmal das untere Stück. Und die findet man so fast nirgendwo in der Welt. Macht richtig Spaß und jetzt fahren wir A-Line. Hier ist er ausgewandt. War eine lange Saison. WDR mediagroup GmbH im WDR. WDR mediagroup GmbH im WDR. WDR mediagroup GmbH im WDR. Das war's für heute. der Teil ist auch richtig geil ein enges Stück Downhill, low part von der A-Line geil verbrennen und quality reichen, machen ihren Job heute hab mir gerade eben noch schnell damit ihr auch einiges seht und ich nicht ganz so schlammig wäre noch mein Mudguard herangebaut, das Camo Mudguard von The Motion Brand hat eine Minute gedauert und dann können wir jetzt halbwegs ohne matschige oder feuchte Linse fahren, außer der Regen der von vorne kommt und wer da Bock drauf hat für das schlammige Wetter, Link ist unten vom Mudguard von The Motion Brand und jetzt würde ich sagen gehen wir shredden und es sieht schon wieder viel zu geil aus, oder? danke also der Mudguard macht sich echt bezahlt, fängt gerade wieder richtig an mit Regnen ich hoffe es regnet sich jetzt nicht zu krass ein aber wir sind ja eh schon nass von daher ist es egal wir fahren mal ein bisschen den technischeren Trail, Angry Pirate woah woah da kam ein Eichhorn oder irgendwas, so ein Chipmunk ja da ist eher Dirt Mürchen und A-Line in meinem Fall aber ist schon auch spaßig aber relativ flach der Trail leider hat eben die Gondel nach ganz oben zu da gibt es noch Blue Velvet und sowas das ist richtig richtig geil aber... mit den Steinen nicht ganz ungefährlich Samurai Pizza Cat das heißt der Trail die Narben sind herrlich hier da sind wir mal ja also fahren jetzt ein paar trails die ineinander führen heart of darkness heißt der auch wieder ein paar jumps sehr gut hier kamen wir beim joyride immer mit dem shuttle hoch abends wenn es zu ende war hier runter nach dem finale wo es zu ende war hier runter ich spiel mal kurz meine run ein einfach der alten zeiten willen hier 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 jetzt noch einen lift weiter nach oben und der ist aufgrund des wetters leider geschlossen meine lieblingsstrecke da oben ist der sogenannte freight train macht auch richtig richtig spaß ich habe da ältere videos aus whistler wo wir den gefahren sind der obere teil der a-line ist leider geschlossen auch jetzt kein langes stück aber relativ spaßig trotzdem wahnsinns aus sicht können wir nichts machen fahren mal dahinter also fahren jetzt crank it up hier oben war gefühlt auch alles geschlossen schlayer ist ne geile line die war auch zu, an crank it up kann ich mich nicht mehr richtig erinnern aber wird hoffentlich gut die war ein bisschen langsamer bei der Nässe so 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 hier sieht es echt kanadisch aus so so geile wälder jo auch echt ne coole line muss man sagen crank it up wieder schwung aufbauen das war's wir haben versucht so viele strecken wie möglich hier im wussler bikepark zu fahren der lift hat jetzt noch ein klein wenig auf ich geh jetzt auch noch mal hoch und fahr aber ich denke das video ist jetzt so lang massig 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 trails die einfach unglaublich spaß machen wenn ihr irgendwann mal die chance habt fliegt mal nach kanada in den wussler bikepark macht einfach nur so bock crank works war geil cam loops war geil wussler auch auch natürlich wie immer ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns beim nächsten mal haut rein leute bis 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 bis